Wie letzte Woche schon angekündigt, gehen wir heute auf die sportliche Reise gemeinsam mit Marco. Dabei sind wir Teil der Meistermannschaft 2011 unter Jürgen Klopp, aber auch der Aufstiegsmannschaft in die Premier League mit Norwich City. Also seid dabei und habt viel Spaß. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die lehnt? Ich habe meine Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meine Fehler integrieren. Das gibt es nicht. Deutschland ist Basketball-Belksmeister. Ich lege mir jetzt mal drei Tage die Heißfunde und dann analysieren wir das Spiel und dann nehmen wir weiter. Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen. Marco hatte gerade ja schon gesagt, von Jahr zu Jahr hast du immer wieder diesen Druck. Es ist ja so, dass nach jedem Jahr eigentlich nochmal ein Fazit gezogen wird, welcher Spieler geht mit in die nächste Mannschaft. Wer bleibt nicht mehr auf dem Weg? Was macht das mit einem Teenie? Also ich stelle es mir unheimlich schwierig vor. Auch, dass du die Sachen ja auch mit nach Hause nimmst, dass das zu Hause mit den Eltern ein Geschwisterthema ist. Gerade so die letzten Monate. Klar, wenn du Kapitän bist etc., musst du dir vielleicht nicht immer so viele Gedanken machen, aber es gibt dir auch vielleicht mal Phasen, wo du halt nicht die Nummer eins bist, wo du auch mal eine schlechte Phase hattest und so. Wie geht man damit um? Ich glaube, dass es unheimlich belastend ist, oder? Ja, also erstmal kenne ich es, glaube ich, gar nicht anders, wie es als Teenie war, halt mal feiern gehen zu können. Oder mit meinen Freunden am Wochenende was zu machen. Ich sage ganz ehrlich, ich kann meine Freunde heute noch von der Hand abzählen. Und damals war es natürlich noch schwieriger, Freunde zu finden in der Schule. Wenn du halt jeden Tag beim Training warst, oder fast jeden Tag beim Training warst, kommst aus der Schule, machst deine Hausaufgaben, wenn ich sie mal gemacht habe. Ja, ist noch was. Und dann musst du ja halt schon zum Training. Und dann war es am Wochenende, ja, dann, wo du halt 15, 16 wurdest, dann fing es halt an, freitags, ne, gingen die Jungs halt dann auch mal raus. Ja, und ich saß halt zu Hause vor meinem Computer, ne, bei ICQ und sowas, weil ich nichts machen könnte, ne. Dann willst du dann halt dich aufs Spiel vorbereiten und alles. Und merkst halt schon irgendwie, sodass du erstmal privat irgendwie deine Kindheit schon irgendwie nicht so hattest, wie es halt andere Kinder hatten. Und vom Druck her gesehen, weiß ich gar nicht, wie ich das bei mir beschreiben soll. Weil, also ich hatte halt wirklich das Glück, dass ich halt sehr talentiert dann auch war. Ja, und dass ich halt mein Talent dann auch schon ausgenutzt habe, weil ich dann auch Gas noch gegeben habe. Und dementsprechend war ich dann halt auch immer automatisch ganz oben dabei und hatte vielleicht dann auch selten schlechte Phasen in der Jugend. Ja, also es war, ich will nicht sagen Selbstläufer, aber ich musste mir halt nie so Gedanken machen, wie es dann halt bei Marcel war, ne, der dann halt oft auch dann, ja, Schwierigkeiten mit seinem Körper hatte. Bei mir hat das irgendwie so gefluckt, ne, wo ich dann nie mehr Gedanken drüber machen musste. Aber, ja, also wenn ich, da, wo ihr gerade halt das Thema Druck angesprochen habt, so im Sport, gab es, glaube ich, keinen Tag, wo ich keinen Druck hatte. Ja, also selbst wo es ja dann, wo ich mit Norwich aufgestiegen bin, ja, natürlich war es am Anfang schön, wo du die Spiele gewonnen hast und hast weniger Druck gehabt. Aber irgendwann wurde der Druck ja so immens, weil das ja für dich dann auch nochmal dein ganzes Leben verändert hat, so ein Aufstieg. Ja, und du dann darüber nachgedacht hast, dann hattest du ja diesen anderen Druck, um dir halt eine Vorsorge für die Zukunft zu schaffen. Ja, dann war dieser Druck da. Ja, wo ich abgestiegen bin, war ja der Druck da, findest du einen neuen Verein, bleibst du in der zweiten Liga, ne, oder generell in den Jahren, wo es dann halt, wo du siebter, achter wurdest, ging es ja auch dann um den Druck, weiter spielen zu können, in der ersten Elf zu bleiben, also, ja, und der Druck in der Jugend war ja dann auch, ja, du bist jetzt in der Jugend immer der Beste, aber dann kommt ja der Sprung zu den Profis. Ja, schaffst du den Sprung oder schaffst du ihn nicht? Das war ja, das nächste Thema wurde dann halt, das war für mich ja dann auch, es lief ja wie geschmiert, ich bin dann hoch zu den Profis gekommen mit 18 oder mit 17 schon, 17, 18 in dieser Zeitraum, durfte dann in der A-Jugend spielen bei den Profis trainieren, durfte dann bei der zweiten Mannschaft spielen bei den Profis trainieren, da warst du ja halt wirklich im Weltenschutz. Und da hatte, da, da sage ich, das Einzige, das waren die einzigen zwei Jahre, wo ich sage, da war der Druck vielleicht mal weniger. Du durftest bei den Profis trainieren und durftest bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, da gewusst es nicht mal um Leistungsdruck ging, sondern wirklich um dich zu entwickeln. Und dann, wo ich dann gegangen bin nach Aachen, da fing es dann an, okay, jetzt hast du halt enormen Druck. Dann habe ich auch das erste Mal kennengelernt, nicht spielen zu können von Anfang an, weil dann Friedhelm Funke als Trainer kam. Peter Überler wurde dann halt gefeuert und dann hat er Friedhelm Funke als Trainer. Bis 20 Jahre alt spielst du gegen Abstieg und spielst halt gar keine Rolle mehr. Und du weißt gar nicht, was los ist. Hast dann dein Leben lang, warst du Leistungsträger, der Beste in der Jugend mit, warst in der Nationalmannschaft in der Jugend, durftest bei BVB deine ersten Jahre bei den Profis mitmachen und bist dann auch einmal bei Alemannia Aachen und spielst keine Rolle mehr. Und dann ist das ja auch so gewesen, da bin ich ja halt so glücklich, dass ich dann meinen Bruder auch an meiner Seite hatte oder generell meine Familie auch. Da saß ich teilweise heulend in meiner Wohnung in Aachen und dachte mir, das ist ein Erzählbewusstsein. Also so eine Situation kennst du gar nicht. Und das war ja dann auch so ein Druck, den kannte ich noch gar nicht. Du hast gerade gesagt, dass wenn du dann als 17-, 18-Jähriger in den Profikar mit reingekommen bist, dass du halt mitspielen konntest, dass dann der Druck mal weniger wurde. Würdest du sagen, dass es nur bei dir so war oder dass es generell bei Leuten ist, die dann da hinkommen, dass so ein Welpenschutz da ist, dass dann mal ein bisschen weniger Druck ist? Und würdest du sagen, dass genau das der Punkt ist, woran auch wieder viele scheitern? Weil es gibt ja unheimlich viele, die es dann nochmal schaffen. Dann sieht man die bei zwei, drei Einsätzen und so und dann siehst du die nie wieder. Also wir Schalker können ein Lied von singen. Ich glaube, es kommt tatsächlich auf dein Umfeld an. Also ich glaube jetzt nicht mal natürlich aufs private Umfeld sowieso, aber ich glaube auch einfach aufs Umfeld im Verein. Bei was für einem Verein bist du? Bist du in der zweiten Liga beim Verein als 18-Jähriger? Bist du in der ersten Liga beim Verein als 18-Jähriger? Was hast du für einen Trainer? Das sind halt wirklich so Faktoren, wo ich so oft sage, als Spieler musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn du halt siehst, wie viele Spieler es geschafft haben, die bei Weitem nicht das Talent hatten wie andere, die dann aber trotzdem, weil sie einfach auch durchs Spielglück irgendwie mal irgendwo reingekommen sind, dann lache ich mich teilweise kaputt darüber, wie absurd dieses Geschäft auch manchmal ist. Wirklich so absurd, wo ich mir denke, jetzt war der an dem Tag, zu dem Zeitpunkt so richtig da, der Junge. Und kannst du einfach nur gratulieren, dass er es jetzt geschafft hat aus diesem Grund. Und natürlich hat er es sich dann verdient, weil er dann in dem Spiel, wo er performen musste, da war und sich dann halt reingespielt hat. Aber generell, glaube ich, war es für mich, wenn ich jetzt als 18-Jähriger bei BVB war, wo du dann in deinem ersten richtigen Seniorenjahr direkt die Meisterschaft da mitholst und du eh wusstest, okay, das ist eine außergewöhnliche Mannschaft und als 18-Jähriger bist du trotzdem auf deine vier Einsätze gekommen, dann kann ich schon sagen, dass da so weniger Druck da war, weil du auch einfach wusstest, das ist eine geile Mannschaft. Aber wenn ich jetzt als 18-Jähriger Hannover 96 gewesen wäre, da hätte sie dir dann, glaube ich, schon mehr Druck gemacht, wenn du halt auch U19-Nationalspieler bist, bist dann schon auch irgendwie so diese Hoffnung im Verein, dass du es halt mal dann als Nächster auch wieder schaffst, dann hast du natürlich Druck. Ja, und dann kann es natürlich auch mal sein, dass du dem Druck nicht standhältst. Aber dann liegt es auch, finde ich, wieder am Verein, dass du den Jungen immer wieder halt Vertrauen schenkst, auch wenn er halt mal sieben, acht Spiele katastrophal spielt. Ja, dann ist es ja meistens dem geschuldet, dass er dann auch wieder beim Thema Vertrauen auch vielleicht einfach weniger Vertrauen spürt. Und da war ich halt sehr glücklich, dass ich dann damals Kloppo da hatte, der dann immer wieder auch zu mir gekommen ist, wo ich mir dachte, warum kommst du jetzt zu mir? Ich bin 18., 19. Mann und redet halt immer auf mich super ein und hat halt immer gesagt, das Wichtigste für euch Talente ist halt wirklich die Geduld zu haben, die ich dann vielleicht auch manchmal dann schon zu früh verloren habe, weil du dann natürlich auch immer heißer wurdest, dann irgendwann auch spielen zu wollen. Aber wenn du das halt hast, wenn du dann einen Trainer hast, der dir schon irgendwie auch so sein Vertrauen gibt und dir sagt, das ist schon richtig gut, was du hier machst oder hast halt einen Trainer, der dich gar nicht beachtet als 18-Jähriger. Und deswegen sage ich halt, das sind so diese Faktoren, das ist ja dieser Fußball, der so wirklich absurd in der Hinsicht ist. Ja, du bist ja 2011 in der Mannschaft vom BVB, bist du ja Deutscher Meister geworden, hast nicht nur da mittrainiert, sondern hast tatsächlich auch gespielt. In Summe bist du auf sieben Einsätze gekommen, hast auch ein Tor gegen Wolfsburg gemacht. Also man kann da von berechtigter Teilhabe auch sprechen. Gerade jetzt Klopp, viele reden über den, was den so ausmacht etc. Du hast mal Daniel Farke als seinen wichtigsten Trainer beschrieben, aber was hat Klopp gerade jetzt aus dieser jungen Mannschaft, die davor ja schon aber Meister geworden ist, was hat diesen Zeitpunkt ausgemacht, was hat Klopp da ausgemacht? Ja, er hat halt aus, ich würde sagen, erst mal mittelmäßigen Bundesligaspielern, die sehr talentiert waren, hat er es halt einfach geschaffen, eine Gier zu vermitteln, wie es halt keine andere Bundesligamannschaft nachmachen konnte. Und also ich persönlich, ich hatte Angst davor, nicht gegen den Ball zu arbeiten, weil ich wusste, der frisst dich auf. Der ist ja halt auch nicht 1,70 Meter, sondern auch, glaube ich, über 1,90 Meter, ist halt auch eine Maschine. Und wenn man ihn halt an der Seitenlinie sieht, dann weißt du halt, wie er auch wirklich ist. Und das hat ihn, glaube ich, halt brutal ausgemacht, dass er halt dein bester Freund war. Ja, aber du wusstest, wenn du nicht für ihn halt durchs Feuer gehst, dann kriegst du halt ein Problem. Also ich kann mich da noch erinnern, dann haben wir Torschuss gemacht und dann kamen Flanken und wenn ich da nicht meinen Kopf hingehalten habe, dann wusste ich halt, okay, aber wie so ein Papa halt. Er ist ja auch, wenn mein Sohn Kacke baut, dann kriegt er halt auch ein bisschen Angst, was ja auch dann irgendwie richtig ist. Aber wenn er halt was Geiles macht, dann lobst du ihn ja auch. Und so war das bei Club World auch. Und er hatte irgendwie so eine Papa-Funktion für die jungen Spieler. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt einmal den Kopf zurückziehe, werde ich es beim zweiten Mann nicht mehr machen. Und das war, glaube ich, das so, was er halt einfach brutal vermitteln konnte. Dass er halt einfach für jeden da war und du, oder er halt durch seine Art es einfach geschafft hat, dass du für ihn auf dem Platz gestorben bist. Hat er denn in seinem Staff auch Leute, die ähnlich vorgehen? Also ich weiß, dass er in Liverpool unheimlich großen Staff aufgebaut hat, der auch Teil des ganzen Erfolgs da ist, von der Ernährung bis Psychologen etc. Ist das denn auch etwas, wo, also die Leute, die er dazu geholt hat, wo man sagt, okay, die sind vom Typus ähnlich, also ist wieder erkennbar? Oder macht gerade der Unterschied das aus, dass die halt nicht so sind wie er? Also ich meine, das ist jetzt auch schon bald 13 Jahre her, wo ich ihn erlebt habe. Und er hat natürlich sich ja persönlich auch nochmal weiterentwickelt und wie du sagst, sein Staff verändert etc. Aber damals war es schon so, dass halt sein Grohtrainer schon anders war. Also er war extrem ruhig, war schüchtern, aber war dann, glaube ich, so mehr auch fürs Taktische so zuständig. Und dann hat er, glaube ich, noch Peter Krabitz, der bis heute auch noch in Liverpool dabei ist, was wahrscheinlich seine Vertrauensperson ist, die du auch einfach brauchst als Trainer. Und ich glaube, dass er da wahrscheinlich so seinen Weg durchgefunden hat. Aber er ist halt einfach schon menschlich anders als viele andere Trainer. Und ich glaube, bei ihm ist es halt authentisch. Er ist ja nicht geschauspielert, er ist einfach so. Wenn du, glaube ich, die Videos von früher aus Mainz siehst, wie er da als Spieler war, aber er ist ja genauso, wie er es als Trainer auch dann lebt. Und deswegen hast du ihm das halt immer brutal abgenommen. Und ich habe ihn halt total gerne reden hören auch immer. Ich habe mich schon so auf die Ansprachen gefreut. Habe mich aber auch, dadurch, dass ich halt aus der Küken war, konnte ich halt auch immer so ein bisschen, ja dann, ich habe mich, was heißt nicht, angesprochen gefühlt. Aber dadurch, wenn du weniger spielst, fühlst du dich natürlich nicht angesprochen. Und wenn dann halt immer eine Niederlage war und er war schlecht gelaunt, dann kam der auch schlecht gelaunt in die Kabine. Und das war dann schon halt auch ganz cool, weil du halt einfach auch brutal Respekt hattest vor ihm. Und das war, dass er das und das geschafft hat. Du hast Respekt so brutal vor ihm, aber wusstest auch, naja, er kann für die Mannschaft dein bester Freund sein. Wenn du das als Trainer schaffst, dann geht halt nicht mehr. Wenn du jetzt mal zurückblickst, gerade auch zu der Zeit und auch mal so reflektierst, was waren so die Hauptgründe, dass du es dann nicht langfristig in den Kader, sag ich jetzt mal, geschafft hast, dass du auf jeden Fall ja immer dabei bist? Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich war schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber irgendwie auch zur falschen Zeit am falschen Ort, so übertrieben gesagt. Ich kam einfach in eine so krass funktionierende Mannschaft, die sehr talentiert war. Ich meine, mit Mario habe ich meine ganze Jugend verbracht und so ein außergewöhnliches Talent hat man einfach selten. Und wir waren ja auch schon positionstechnisch schon auch relativ gleich, aber generell bin ich einfach in eine Mannschaft reingekommen, die überragend funktioniert hat. Ich hatte dann, wenn du einfach nur vorne die Position siehst, hattest du Götze, Lewandowski, Kagawa, Blazikowski, Kevin, der es dann halt auch geschafft hat, aber natürlich dann nicht durch das Talent, wie es andere hatten, sondern einfach durch seine Art, wie er Fußball gelebt hat, hat er es dann geschafft und auch voll verdient geschafft. Da war es dann für mich, hatte ich dann halt auch wahrscheinlich noch diesen Ruf, okay, du kommst halt aus der Jugend, dann ist es, glaube ich, eh immer auch schwieriger. Es ist im eigenen Verein irgendwie zu schaffen, aber große Vorwürfe kann ich mir, glaube ich, selbst nicht machen, dass es auf Dauer, glaube ich, dann nicht gereicht hat, weil es dann vielleicht letztendlich wirklich nicht für einen Bundesliga-Ersten in dem Moment gereicht hat, ja, obwohl ich schon, glaube ich, das Talent hatte. Vielleicht hat der aller, allerletzte Biss und Überzeugung dann auch gefehlt, sich Sachen zu trauen mit 18, 19 halt. Ich hatte schon Respekt davor, halt einen Spieler einmal umzuhauen, dem wehzutun, weil du dann wusstest, okay, jetzt kommt halt ein 26-Jähriger, der sagt, ja, trete mich noch einmal um, dann hast du ein Problem. Also war das halt vor 13, 14 Jahren noch. Und ich weiß gar nicht, woran es letztendlich gelegen hat. Ist das denn, oder hol uns mal in den Prozess ab. Du bist ja dann per Laie nach Aachen gewechselt. Wie entwickelt sich denn sowas? Kommt der Trainer stark auf dich irgendwann zu oder Sportdirektor oder so? Oder hast du die Initiative ergriffen und gesagt, ich habe so ein Gefühl, ich werde hier nicht auf viele Einsätze in diesem Jahr kommen, vielleicht auch wieder nur fünf, sechs, sieben Kurzeinsätze, aber ich will gerne möglichst viel spielen. Können wir da was machen? Ja, vielleicht habe ich der Kloppo nie richtig zugehört. Aber er hat halt wirklich gesagt, als Talent ist das Wichtigste, die Geduld zu haben. Ja, du hast halt bei meinen Mitspielern, mit denen ich durch die ganze Jugend so gefühlt gegangen bin. Mario hat es dann halt schon, haben wir ja drüber Ausnahmetalent, hat es direkt geschafft bei BVB. Dann ist ein Ginschek da hingegangen, ein Hornschuh da hingegangen und so bin ich da hingegangen, mit dem du immer zusammen gespielt hast. Tolga Arslan ist nach Hamburg gegangen und ich war dann bei BVB und ja, wir sind deutscher Meister geworden. Wusstest du auch hier nächstes Jahr spielen mit Champions League? Ja, die Konkurrenz wird natürlich nicht leichter, sondern tendenziell werden sie noch bessere Spieler holen. So im Nachhinein ärgere ich mich total, dass ich gar nicht mal so ausführlicher dann den Trainer einfach mal auch gefragt habe, wie die Situation ist, wie er das sieht, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, sondern bin selber dann auf den Verein zugegangen, habe gesagt, ja, ich würde mich gerne ausleihen lassen. Ja, vielleicht kam das auch vom Berater ein bisschen zu sehr. Ja, da geht es ja auch dann wieder um Geld machen etc., dass die das vielleicht so angestrebt haben, sich ausleihen zu lassen. aber ich hatte dann Peter Hüballer als meinen Mentor quasi da, der dann nach Aachen gegangen ist, der ja mein A-Jung-Trainer in Dortmund war und wenn der dich halt dann holen möchte auch zum geilen Zweitliga-Verein nach Aachen und du weißt, du bist erst mal ein Jahr ausgeliehen, dann machst du halt auch erst mal wenig falsch. Aber du wusstest dann, okay, jetzt kommst du aus deiner Komfortzone mal raus. Ihr seid ja am Ende mit Aachen abgeschwiegen. Würdest du sagen oder hast dir in dem Moment gesagt, boah, jetzt habe ich total in die Scheiße gegriffen oder nee, ist in Ordnung, ich bin zwar abgestiegen, aber ich habe jetzt mal ein Jahr Fußball gespielt. Weißt du? Das war ein brutales Jahr. Mit 20 Jahren. Das ist doch eine Schweineliga, oder? erste und zweite Unterschied ist doch in dem Moment. Also, es war ja wirklich so, du kommst halt vom BVB, trainierst halt zwei Jahre auf einem richtig krassen Niveau mit und du, wie gesagt, hast ja gar keinen Druck in dem Sinne. Du hast ja nur den positiven Druck dann Spielminuten zu bekommen bei so einer Mannschaft und dann wirst du halt nach Aachen verliehen, hast dann erstmal deinen Trainer da, der auf dich setzen wird. Das ist halt, ich war so euphorisch, weil das so geil war, du wusstest, ey, du bist jetzt ein Teil von einer ersten Elf gerade, spielst vor 25.000 Zuschauern, was wirklich richtig, richtig geil war und dann verkackst du die ersten Spiele und dann haben wir irgendwie nur vier Punkte aus, keine Ahnung, fünf Spielen gehabt, hast aber einen anderen Anspruch natürlich gehabt im Verein und du hast halt richtig gemerkt, wie unruhig alles wurde und dann musste der Trainer gehen und du denkst, okay, jetzt ist dein Trainer weg und es war schon so, dass wir halt eine sehr junge Mannschaft zu dem Zeitpunkt auch hatten, dass dann wie Baller auch schon viele ältere Spieler dann auch rasiert hatte und dann kam Friedhelm Funkel als Trainer und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt und da war es auch, also das hat sich ja gerade gesagt, ich glaube, dann war ich vier Spiele auf der Bank oder dann auch mal nicht im Kader und dann war ich auf der Bank und wir gewinnen 1-0 und ich hatte eigentlich echt eine coole Trainingswoche für mich und war dann nach Hause da in meine Wohnung in so eine kleine Puffkammer da gewesen, da wirklich irgendwo in der Innenstadt und hast deine Familie nicht bei dir, deine Frau nicht bei dir, da fahren alle wieder nach Hause, nach Dortmund mit dem Auto und ich habe am nächsten Tag Training gehabt und sitze auf der Couch und einfach am Heulen, weil du einfach nicht diese Situation kennst, wie es ist, mal halt nicht zu spielen. Wenn du halt dein Leben lang halt immer der Beste warst und gehörst dann einfach mal nicht zu den besten 14 Spielern, dann versteht dein Kopf das einfach nicht. Wie als wenn ein Spieler außer, keine Ahnung, Westfalenliga dann irgendwie irgendwo hinkommt in der dritten Liga, der genießt das natürlich, Teil der Mannschaft sein zu dürfen, aber ich habe halt einen ganz anderen Anspruch für mich gehabt und dann konnte ich das einfach nicht verstehen und dann war der Trainer halt schon so, dass er auch einfach nicht mit dir geredet hat, was vielleicht ja auch in Ordnung war, weil es einfach für den Verein um die Zukunft ging. Wir wussten selber, dass wenn der Verein absteigt, der finanzielle Probleme hat, dass es dann um Mitarbeiter geht, um vieles mehr als auch um mich, aber das verstehst du natürlich als 20-Jähriger nicht und dann hast du schon von Spiel zu Spiel, machst du die Erfahrung, verlierst immer wieder, du gewinnst ganz wenig, dann kommst du rein, dann spielst du schlecht, dann bist du wieder raus und wusste selber gar nicht manchmal, wie einem geschieht und dann musst du bei der zweiten Mannschaft mitspielen oder ich habe es halt freiwillig gemacht, weil ich dann einfach auch spielen wollte wieder für mich, was dann für mich dann einfach auch nochmal Gold quasi am Ende wert war, weil der Trainer aus der zweiten Mannschaft die letzten sechs, sieben Spiele nochmal in der zweiten Liga dann übernehmen durfte und dann durfte ich halt jedes Spiel wieder von Anfang an spielen, weil er es halt super fand, dass ich auch immer in der zweiten Mannschaft gespielt habe und er halt auch das Gute in mir gesehen hat, dass es letztendlich egal ist, wie alt du bist, wenn du deine Leistung abrufst und mit dem Druck dann irgendwie doch umgehen konntest und am Ende war es dann für mich einfach so und habe ich dann auch gesagt, komm, scheiß drauf, wir sind jetzt eh ganz am Ende hier, wir sind letzter Versuch einfach alles zu geben, da denkst du dann auch gar nicht mehr irgendwie über die Situation nach, gerade wenn du die ganze Zeit nicht gespielt hast, finde ich eh, es ist dann eine andere Situation, dass du dann eher nur gewinnen kannst, als du dann noch mal verlieren könntest und natürlich war das dann mit dem Abstieg schon eine brutale Situation, auch wenn du wusstest, du bist irgendwie noch ausgeliehen, aber in deinem ersten richtigen Seniorenjahr beim anderen Verein direkt abzusteigen, das war schon echt nichts Besseres. Danach ging es ja dann auch bergauf, bis danach dann zu Energie Cottbus, über Beuter führt, Hauptwehr Bochum. Wie kam der Transfer zu Norwich City? Ich glaube, das ist so wieder dieses Absurde im Fußball. Ich glaube, ich hatte mit Abstamm mein schlechtes Jahr in Bochum, obwohl ich 32 Spiele glaube ich vor Anruf angemacht habe, aber der Trainer war halt sehr besonders, der Gärtchen und kam mich halt gar nicht mit klar mit seiner Art, weil ich war ein brutaler Kopfspieler, also wirklich brutal, wie gesagt, ich brauchte halt einen Trainer, der mir vertraut und das habe ich nicht gespürt, obwohl ich 32 Spiele gemacht habe, habe auch, finde ich, auf meiner falschen Position gespielt, irgendwie auf der Doppel-Sechs, obwohl ich eigentlich ein Offensivspieler mehr oder weniger auch so bin, deswegen lief das ja eher bescheidend, dann war es halt ganz lustig, irgendwie brauchen wir auf der Linksverteidiger, sind irgendwie Spieler ausgefallen und dann habe ich am Ende der Saison nochmal die letzten fünf Spiele links in der Fünferkette gespielt und die auch gar nicht so gut, also da war wirklich, ich weiß nicht, warum ich es gespielt habe, da war auch ein Spiel dabei, da hat der Trainer mir dann gesagt, er ist auch mit seinen Lateinen am Ende mit mir und ja, dass ich gefühlt mir einen neuen Verein suchen kann und alles und ich so, ja, okay, habe das irgendwie erstmal hingenommen, habe das auch alles gar nicht in dem Moment so realisiert, wie kacke das so lief und dann sind wir zum Auswärtsspiel gefahren und ich wusste schon, dass ich gar nicht spiele, ich war auch beim Elf gegen Elf, habe ich Torschuss drüben gemacht, mit noch zwei anderen Spielern und dann haben sich aber in dem Elf gegen Elf beide Linksverteidiger verletzt und der andere, der dann immer noch vor mir spielen sollte, der hat sich beim Spazierengehen verletzt, ich weiß nicht, was er sich da getan hat, aber es war dann so, dass ich dann gegen 1860 München wieder links hinten spielen wirfte und da habe ich, glaube ich, mit meinem besten Spiel so in der Saison auch gemacht, habe 1-0 gewonnen und dann war es so, dann wurde der Verbekler dann auch entlassen in der Vorbereitung, dann kam ein neuer Trainer, wo ich dann auch nochmal gedacht habe, ja komm, jetzt kannst du nochmal irgendwie zeigen, was du drauf hast und dann hat mein Berater mich angehauen und sagt ja irgendwie, Norwich sucht einen Linksverteidiger. Da war ein Scout im Start, der hat dich gesehen. Aber wirklich so, ob er mich jetzt wirklich verarschen wollte, der Renner. Du hast mir die Nummer mit Aachen schon angedreht. Ich habe dann irgendwie gesagt, ja okay, ich sage das mal meiner Frau, weil die war ja dann auch im neunten Monat hochschwanger, kam glaube ich dann auch nicht so zum richtigen Zeitpunkt, die Anfrage, aber wenn du halt eine Anfrage aus England bekommst, denkst du auch erstmal eigentlich darüber nach, ob du dann Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger spielen sollst, war mir in dem Moment irgendwie auch scheißegal, aber wusstest ja schon irgendwie, auch wenn die familiäre Situation jetzt dann nicht optimal war mit der Schwangerschaft etc. und du halt in Bochum gespielt hast, in Dortmund wieder leben konntest, hast dein Päuschen wieder gehabt, sagt der Berater auch, guck mal hier, was du verdienen kannst, ja dann machst du es halt. Und natürlich mit der Prämisse, halt in England zu spielen, war ja schon irgendwie auch von jedem mal so ein heimlicher Traum, wenn man das mal irgendwie erlebt hat. Das war doch auch so die Zeit, als damals die großen Fernsehverträge in England unterschrieben worden sind, oder? Ja, wobei halt Norwich dann schon auch der Verein war, der halt eher so einen kleinen Investor hat, wenn man es mal so beschreiben konnte und ja dann bewusst auch den Schritt mit deutschen Spielern gegangen ist, weil wir halt gut waren für wenig Geld, ne? So war es ja einfach. Also ich habe, trotzdem habe ich, glaube ich, Melzers Doppelte verdient als in der Zweiniger in Deutschland, aber war, glaube ich, mit der Schlechtverdienste in der ganzen Mannschaft. Also so waren halt die, so ist ja der Vergleich dann quasi von England zu Deutschland. Aber du denkst ja auch, kommst da hin nach Norwich, spielst du auf einmal mit dem Steve Naismith zusammen, der, glaube ich, keine Ahnung, 400 Premier League Spiele hat und steht auf einmal in Fuhrpark wie bei einer Champions League Mannschaft. Und er ist halt selber in Bochum halt ein normales Auto und er lebt ja auch ganz normal, weil ich ja auch so erzogen worden bin, immer bodenständig zu sein und kommst dann nach England und denkst dann, was für eine Welt bist du hier angekommen. Und das war halt zweite Liga ein Durchschnittsverein zu dem Zeitpunkt. Wie hast du die Zeit wahrgenommen dann, als du erfahren hast, dass dein Bruder, oder habt ihr euch tatsächlich auch mal so ein bisschen dazu ausgetauscht? Wie siehst du das? Soll ich es machen? Ja klar, auf jeden Fall. Der Austausch stand ja, oder Austausch fand ja immer statt. Marco hat mich auch gefragt, wie er das findet und ich fand das halt mega, weil das halt auch für ihn nochmal eine richtige Chance war, weil ich wusste halt, dass er nochmal danach strebt, richtig Fuß zu fassen. Also er hat ja alles erlebt, alle U-Nationalmannschaften durchlaufen, ist mit BVB Profi geworden, etc. Aber ich wusste, er will nochmal richtig Fuß fassen. In einer geilen Liga und eventuell auch vielleicht nochmal in der höchsten Liga. Und dass es dann so gut gelaufen ist, dann auch der Aufstieg da war, das war halt mega. Und ich war auch oft drüben und habe mir auch Spiele angeschaut oder war mal eine Woche, dass ich bei ihm gewohnt habe. Das war eine richtig geile Zeit, aber auch natürlich keine einfache Zeit. Also ich sage mal, ich kenne das gar nicht anders. Ich habe immer hier gewohnt, in Dortmund. Und Marco ist ja schon mit seiner Familie öfters rumgekommen und gerade dann in England, so weit von hier entfernt, hat er ja auch schon mal ab und zu dann Heimweh gehabt. Und das war halt dann auch wichtig, dass ich ihn da auch unterstützen konnte. Das war schon, also es war eine geile Zeit und ich glaube, wir haben alle da ganz viel mitgenommen als Familie. Ja, also ich sage auch, es waren die vier schönsten Jahre, muss ich schon sagen. Zumindest sportlich, ne? Ja, also aber auch privat hatten wir dann, haben wir da eigentlich unser Glück halt auch gefunden. Unser zweites Kind ist ja auch dann dazugekommen in England. Aber wir mussten dreimal umziehen in den vier Jahren, weil das ist ja keine Ahnung. Die Engländer sind halt irgendwie komisch dann in der Situation mit Häusern und etc. Wird immer größer dann? Wie bitte? Wird es immer größer? Nee, 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 gar nicht. Aber diese Mietverträge und alles, die kaufen ja quasi alle Häuser und dann vermieten die halt manchmal nur für ein Jahr und dann musst du halt wieder raus aus dem Haus. Also gar nicht, dass es immer größer wurde. Du musst es dann halt auch was Schickes finden, so für dich, ne? Weil Engländer haben ja eher eigenen Stil, da ist überall Teppich irgendwie drin, ne? Und selbst auch für Toilette, da hast du einen Teppichbohnen. Ja, das hatte ich hier im Hotel in Birmingham. Ja, genau. Ja, deswegen, du musst dich auch wohlfühlen, ne? Und wenn du dann dreimal umziehen musst, ja, da fängt es dann irgendwie schon an. Aber gerade, wo der Wechsel stattfand, ja, wenn du halt deinen Papa dann da siehst und der weint, weil du weißt, er geht jetzt nach England, er bringt mich, Marcel bringt mich zum Flughafen und du weißt, ja, jetzt bist du halt erst mal weg. Und ich weiß noch, dann meine Frau war ja, dann musste in Deutschland bleiben, weil sie hochschwanger war und dann weißt du ja nicht, wann das Kind kommt die ganze Zeit. und ich kann mich noch erinnern, die ersten vier Tage war ich im Hotel und ich rufe die ganze Hand und sage, ich kann nichts essen. Ich habe Heimweh. Das lag auf Englisch im Essen. Also ich hatte echt wirklich Heimweh. Ich konnte nichts essen. Ich habe trainiert und dachte, ich bin mager geworden. Ich hatte gar keine Kraft innerhalb von fünf, sechs Tagen. Und dann fing das dann aber an. Dann kam mein Sohn zur Welt. Ich habe sie direkt rübergebracht. Dann hast du dein Haus gefunden und dann hast du halt auch angefangen, dich wohlzufühlen. Dann konntest du vernünftig leben. Dann kam Besuch. Die sind ja auch eine verrückte Fußballfamilie. Meine Eltern kamen ja gefühlt ein, zwei Mal im Monat auch rüber. Marcel dann mit seiner Familie, wenn es irgendwie ging. Das waren ja sowieso. Da sind ja eh mal im täglichen Austausch. Mit ihm ist ja eh nie ein Problem gewesen. Aber schon dieses ganze Drumherum einfach, bis du dich dann halt auch mal wohlfühlst in einem anderen Land, das ist dann schon heftig. Und dann spielst du halt Samstags, Mittwoch, Samstag, Mittwoch die ganze Zeit und weißt dann aber auch wieder, okay, deine Frau sitzt ganz alleine zu Hause jetzt mit dem Baby. Das ist ja auch wieder das, wo du halt nicht nur der Sportler bist, sondern du hast ja deine Familie dabei, an die du auch einfach jeden Tag denken musst. War der Aufstieg eigentlich geplant oder war es ein Zufallsprodukt? Ja, also ich weiß nicht, wie es intern, wie der Verein das geplant hat. Aber ich weiß nur, dass halt ein riesengroßer Umbruch stattfand. Ja, und dass Stuart Webber damals in Huddersfield ähnlich aufgestiegen ist mit David Wagner und der deutschen Fraktion. Und ich glaube, das gleiche Ziel hatten sie ja dann, glaube ich, anscheinend auch in Norwich, als Stuart Webber dann da eine Frage geholt hat mit den deutschen Spielern. Und das erste Jahr lief halt sehr bescheiden. Da hat dann auch Linksverteidiger sehr viel gespielt. Ja, tatsächlich auch ganz in Ordnung, so die Hinrunde. Hab dann aber selbst gemerkt, je besser die Gegenspieler wurden dann auf Rechtsaußen, desto schlechter wurde ich. Weil ich mit Verteidigen eigentlich nicht so viel am Blut hatte. Von daher habe ich dann auch irgendwann zum Trainer gesagt, weil ich dann auch einen Leistenbruch hatte, in der Rückrunde dann relativ wenig Spielzeit hatte. Hab dann zur neuen Saison zum Trainer gesagt, ja, wie wäre es jetzt einfach mal damit, mich auf Acht oder auf Azehn auszuprobieren, auch wenn ich weiß, dass ich nicht spiele, wenn andere besser sind. Ja, probier mich da einfach aus. Ja, hab dann halt echt so performt, dass ich am Anfang der Saison, ich glaube, am ersten Spieltag direkt gespielt habe auf Azehn, haben dann, oder ich habe kein gutes Spiel gemacht, wurde auch ausgewechselt, haben dann, glaube ich, die nächsten fünf Spiele richtig schlecht gespielt. Ich habe wenig gespielt auch und ich glaube, dass es dann wirklich auch so von Farke sein letztes Spiel gewesen wäre. Da haben wir zu Hause gespielt gegen den Middlesbrough und es war schon so ein Do-or-Die-Game, glaube ich, für Farke. Und da hat er mich dann halt wieder auf Azehn spielen lassen. Ich habe dann überrang performt. Wir haben 1-0 gewonnen und von dem Zeitpunkt an haben wir nur noch drei Spiele über die ganze Saison verloren. Und ich habe jedes Spiel vorhin mit Pukki gespielt. Und das ist dann auch wieder so das gewesen, da war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe performt. Hätte ich schlecht gespielt, wir hätten verloren, wäre Farke vielleicht weg gewesen, ein neuer Trainer wäre gekommen, ein englischer, hätte mich vielleicht rasiert. Und das meine ich halt im Fußball, das ist halt so oft, dass du einfach dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst und dann halt auch wirklich performen musst. Das sind so kleine Details, die so krass entscheidend sind. Da ist ja Timo Pukki tatsächlich für uns Schalker das beste Beispiel. Bei uns hat der, ich fand ihn gut, aber nicht so funktioniert. Da kam ja auch blutjung zu Schalke und die weitere Karriere, Norwich und dann die ganzen Tore auch international dann später. Und mit der Nationalmannschaft sprechen wir ja für sich, dass das einfach auch ein geiler Kicker ist oder war. Der hat einfach nicht funktioniert bei uns. Oder weil das Umfeld nicht gepasst hat, eine fremde Sprache, ganz junger Spieler. Das ist ja eigentlich das, was du sagst. Ja, es ist halt auch schon ein ruhiger Typ, aber wenn er halt dann sich verbunden fühlt und sich sicher fühlt, dann ist er auch sehr offen und auch ein lustiger Mensch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da vielleicht nicht wohlgefühlt hat und dann halt auch ruhig geblieben ist. Und dann kannst du natürlich auch nicht so performen. Natürlich hat er dann auch eine andere Konkurrenz gehabt. Das war ja, glaube ich, zur Schalke-Hochzeit auch noch. Wo er dann eine starke Konkurrenz hatte und ich glaube, dann hat er auch erst in Bröndby sein Glück gefunden, wo er dann, glaube ich, dass die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange er da war, aber dann halt regelmäßig auch getroffen hat. War ja auch eine ganz kuriose Situation. Ich meine, das war ja so, dass Schalke Vorbereitungsspiel hatte gegen, ich weiß nicht, wo er da noch gespielt hat und er hat in diesem Spiel zwei Tore oder drei Tore gegen Schalke, meine ich, gemacht. Irgendwie so was. Und kurz darauf haben sie ihn direkt danach dann auch verpflichtet. Wenn du meinst, ist Eddie Glieder. Der hat gegen uns gut getroffen. Ich weiß es nicht mehr so. Schon so lange her. Aber nochmal auf die Mannschaft. Ihr hattet Daniel Farke als Trainer und ich habe mir jetzt mal ausgestrichen, also welche Spieler auch dabei waren. Tim Klose, das war eine richtig deutsche Community. Christoph Zimmermann, Philipp Heise, Tom Tribull, Lukas Rupp, Moritz Leitner, Mario Varancic, Dennis Sprenny, Timo Kucki, aber gerade drüber geredet, ist ja nicht Deutscher und Josep Drimmitsch. Also alles so Leute, die man irgendwo erste, zweite Liga aus dem deutschen Fußball auch kennt. Also bewusst so eine deutsche Community aufgebaut. Und gab es da auch mal Spannung, so Breiten und ihr? Also ich habe mich eigentlich mehr verbunden gefühlt mit den Schotten. Das wurden eigentlich meine besten Freunde. Ach, ticken die nochmal anders irgendwie als Engländer? Die haben einen kompletten Schaden. Also hast du genau reingepasst. Die sind durch. Also wenn du denkst, es gibt deutsche Verrückte, dann sind die Schotten nochmal zehnmal drüber. Also das ist wirklich völlig krank, aber halt so herzlich gute Menschen, die es halt einen so leicht gemacht haben, quasi in die Mannschaft reinzufinden. Am Anfang habe ich mir gedacht, boah, voll cool, dass wir mit so vielen Deutschen sind da, weil du dich dann natürlich leichter einleben kannst. Im Nachhinein denke ich mir, boah, wäre schon cool gewesen, wären nur noch zwei Deutsche vielleicht da gewesen, einfach weil du dann noch mehr die Kultur erleben kannst und dich natürlich sprachlich noch mehr einbinden musst. Wobei es halt bei uns schon so war, dass wir in der Kabine waren und sobald ein Engländer in der Kabine war, wir halt automatisch Englisch geredet haben. Auch wenn wir quasi zu viert gerade mit, also wenn wir vier Deutsche waren und es kam Engländer auch nur in die Kabine, haben wir direkt geswitched auf Englisch. Naja, weil das halt schon einfach eine Respektsache war für uns. Finde ich halt auch, wenn das so in Deutschland war, in der deutschen Kabine und da saßen Kroaten oder so und die haben Kroatisch geredet, fand ich schon sehr respektlos. Muss halt nicht sein, finde ich. Ich finde immer, wenn du eine Mannschaft bist, soll jeder verstehen, was du redest. Dein Englisch in der Zeit auch besser geworden? Ja, also ich hatte ein Schulenglisch und ich glaube, mittlerweile spreche ich ein sehr gutes Englisch. Trotzdem, wenn mal ein Handwerker zu mir nach Hause kam, dachte ich mir auch wieder, du kannst gar kein Englisch mehr reden. Ja, dieses Fünfballer-Englisch war dann schon perfekt, würde ich sagen. Wie gerade schon gesagt, ihr seid aufgestiegen, erstes Jahr war durchschnittlich, dann im zweiten Jahr seid ihr aufgestiegen. Wie ist da der Spannungsbogen während der Saison? Du hast gesagt, am Anfang hat noch Kader irgendwie richtig daran geglaubt und dann irgendwann kommt der Druck, je öfter du gewinnst und plötzlich ist das Ziel da, vielleicht in die Premier League aufzusteigen. Nächstes Jahr Premier League zu spüren gegen die richtig dicken Gegner. Was macht das mit allem? Wie ändert sich dann auch so ein Teamgefüge, aber das Miteinander auch unter der Woche? Ja, also eigentlich das Coole war ja immer, du hattest nie eine richtige Trainingswoche. Du hast ja Samstag gespielt und hast dann schon wieder Dienstag gespielt. 46 Liga-Spieler. Genau, also richtiges Training gab es ja irgendwie gar nicht und du konntest dich ja auch dann irgendwie, wenn du mal hinten dran warst, konntest du dich gar nicht richtig zeigen, sondern es ging wirklich darum, warst du verletzt oder gesperrt, musste der andere funktionieren und das war ja glaube ich auch dann, warum wir dann aufgestiegen sind, weil jeder jeden wirklich gut ersetzen konnte, aber ich glaube, wir hatten so einen krassen Flow, wo ich dann selber schon zu den Spielen gefahren bin und wusste, also selbst wenn wir kacke spielen, gewinnen wir heute, weil wir dann schon irgendwie immer auch einen besseren Plan hatten als jeder Gegner, aber dann individuell auch einfach sehr gut aufgestellt waren und wir ganz oft Spiele auch irgendwie nach 85. 90. Minute gewonnen haben, weil wir sehr, sehr fit waren, im Gegensatz zu den englischen Mannschaften, das war ja auch so ein Unterschied, deutscher Trainer, der trainiert halt deutsch und da waren die Engländer am Anfang so überfordert mit, weil die das gar nicht kennen, die haben maximal eine Stunde immer trainiert. In jedem Stecken magert, ne? Ja, genau. Ja, aber natürlich wusstest du dann, hast du auch mal die Tabelle angeguckt, ich habe auch oft bei Kicker Tabellenrechner und sowas gemacht, wie welche Situation sein könnte und dachtest du ja auch so, das war ja dann noch, ich glaube Leeds und Sheffield United waren ja auch oben mit dabei und die haben halt auch immer gepunktet und dachtest du, ja, okay, das ist schon irgendwie alles eng, da hatten wir zwischendurch mal neun Punkte Vorsprung, aber wenn du drei Spiele in einer Woche hattest, geht das auch mal wieder auf drei, vier Punkte wieder zurück, ne? Aber so die letzten Wochen für mich waren halt brutal, weil ich wusste, okay, wenn du aufsteigst in die Premier League, ja, jetzt einfach mal hast du halt die geilsten Gegner überhaupt, aber ich wusste halt auch für mich finanziell, das ist dann einfach nochmal, dass du einfach durch eine Tür gehst und vielleicht einfach eine Vorsorge für dich geschaffen hast, dass du vorher in der zweiten Liga in Deutschland noch nicht erreichen konntest und das ist dann halt schon im brutalen Kopf drin, ne? Seid ihr vorzeitig aufgestiegen oder? Am vorletzten Spieltag sind wir aufgestiegen. Warst du da auch im Stadion? Ne, Mama und Papa waren da. Ja, irgendwas war wahrscheinlich Fußball. Aber danach wahrscheinlich eskaliert, gefeiert, ne? Naja, das war schon ganz gut. Mit den Schotten, mit den Schotten. Also da kannst du auch gar nicht mithalten, weil in jeglicher Hinsicht ganz, ganz komische Menschen. Ihr seid dann ja als Team relativ stabil geblieben, also zusammengeblieben, habt ein bisschen ergänzt, wie das immer so typisch ist im Profi-Fußballer und seid dann in der Premier League gestartet. Am fünften Spieltag gewinnt ihr 3-2 gegen Pep Guardiola. Danach war erstmal Essig, ne? Da kam die Durstrecke. Aber wie geil ist das denn? Du gewinnst 3-2 gegen Manchester City, die ja auch zu dem Zeitpunkt als unbezwingbar gehalten, ne? Also einfach eine geile Truppe. Damals für heute. Ja. Wie ist das? Also erstmal war das, glaube ich, mit das schlimmste Spiel meiner Karriere, weil du halt, also ich weiß gar nicht, wie wir das gewonnen haben, sag ich ganz ehrlich, weil du hattest, du warst schon unterlegen, weil du wusstest, okay, die sind halt so gut, die werden ja 70% Ballbesitzer haben, mindestens. Und du musst halt wissen, dass du irgendwie nur gegen die gewinnen kannst, wenn die nicht brutal vom Tor eiskalt sind und wenn sie halt mal Fehler machen. Und genau das ist eingetroffen. Ich glaube, alle drei Tore, die wir geschossen haben, ja, plus Ecke natürlich irgendwie, waren schon dann durch Fehler von der Mannschaft sind die entstanden. aber wir haben halt so krass verteidigt und hatten dann auch dieses Matchgück in der letzten Viertelstunde, ich habe mir das dann auch noch ein paar Mal angucken können, weil das ja dann schon eine schöne Sache auch war, was die halt für Chancen auch hatten und liegen lassen haben dann in der letzten Viertelstunde, wo wir dann mit Elfmann einfach im eigenen Sechzehn da verteidigt haben, weil es gar nicht anders ging. Also wir wollten ja schon vorne drauf gehen auch, wir wollten mutig gegen dich spielen, weil du da wenig zu verlieren hast, aber es ging halt nicht anders. Du standest auch auf dem Platz, ne? Ja, genau. Wer war da so deine Hauptgegenspieler zu der Zeit? Ja, wir haben es dann schon eher mannorientiert gespielt, also wir haben es dann oft so gemacht, dass wenn die halt mit einem Sechser gespielt haben, dass ich dann mannorientiert spielen musste, das war ja ein Rohdreh und dann wollte ich ihm auch einmal halt einen richtigen Körpereinsatz geben, ja, ich habe ja dann auch irgendwie meine 85 Kilo gehabt und dann prallst du auch erstmal, der ging ab und ansonsten mal habe ich schon oft meine Zweikämpfe gewonnen und du willst ja schon durch den Zweikampf einfach ihn so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen, aber es ging halt nicht. Dann hast du auch auf Dauer in der Premier League gesehen, warum welche halt sieben, acht Millionen im Jahr verdienen. Das sind dann durchweg in einer Mannschaft Ausnahmetalente. Da siehst du es auch an, warum die das verdienen. Wer hat dich am meisten beeindruckt? De Bruyne, ja. Auch in der ganzen Premier League oder in der Brückspiele haben wir dann im letzten Spieltag 5-1 verloren und dann, kannst du bei YouTube den mal angucken, das Tor von ihm. Steht da irgendwie am 16er Eck und ich verteidige wirklich gerade vor ihm, habe einen Meter, vielleicht einen halben Meter ihm Platz gelassen und er macht eine Finte und ich wirklich, ich habe mein Leben gegeben, um diesen Ball zu verteidigen und er schießt und ich denke mir, okay, er hat jetzt halt geschossen, er wird halt aufs Tor kommen und Ball ist halt genau oben ein Knick. Also wirklich, wenn du das Tor anguckst, ich kann mir wirklich keinen Vorwurf machen. Ich sage, ich habe es brutal verteidigt. Aber dann ist es halt einfach diese Ausnahme, die der Junge hat und ich mir denke, ey. War der eigentlich schon bei Wolfsburg, als du noch mit Dortmund gegen Wolfsburg gespielt hast? Ich glaube, das war später. Ja. Ihr seid in der Saison irgendwann abgestiegen, also wie gerade gesagt, danach war erst mal so ein bisschen Ebbe. Seid aber im Jahr darauf wieder aufgestiegen. In dem Jahr war für dich aber ein bisschen unglücklich, du bist erkrankt, hast Long Covid, war das Corona-Jahr und hast dich selbst infiziert und hast dann Long Covid gehabt, bist nicht mehr auf dieses Leistungsniveau gekommen. Offiziell war es dann auch ein pfeifersches Drüsenfieber, was dich da so ein bisschen oder richtig krass aus der Spur gebracht hat, ein bisschen mehr untertrieben. War der Aufstieg, den du dann trotzdem miterlebt hast, am Ende hast du ja noch in meinem Kader gestanden, war das für dich dann auch so ein versöhnlicher Abschied mit der ganzen Story, also dass das Kapitel Norwich dann auch zugegen, so schlecht das Ende auch war, also jetzt mit der Erkrankung? Ja, es war halt einfach schade. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie ich das überhaupt so durchgehalten habe. Also ich sage auch halt, ohne Familie, ohne Marcel, hätte ich wahrscheinlich nach zwei Tagen irgendwie schon alles abgebrochen. Naja, aber es war ja so, dass ich halt, wir hatten ein Heimspiel, das fing halt schon in den letzten Spielen in der Premier League an, dass ich halt so ein ganz komisches Gefühl hatte. Keine Ahnung. Also mein Körper hat einfach nicht mehr mitgemacht aus irgendwelchen, aus diesen genannten Gründen wahrscheinlich, wo du halt weißt, so vorher hat dein Körper dir 20 Jahre lang halt Leistung gegeben und merkst auf einmal nach fünf Minuten im Training, dass der halt so schwindelig ist, dass du, als wenn du Achterbahn gefahren wärst, dann denkt man natürlich, ja irgendwas ist schon, muss irgendwas falsch sein, aber wenn du trotzdem noch deine Leistung bringen kannst, ja, weil ich dann halt einfach da drüber gegangen bin, ich habe einfach weitergespielt und der Verein das dann einfach nicht verstehen konnte, was ich habe, ja, was ja dann auch normal ist, wenn du, wenn der Verein sieht ja nur, der Spieler funktioniert auf dem Platz, der bringt seine Leistung und alle Werte, die der hat, sind alle in Ordnung, der war bei allen Ärzten, wurde von allen durchgecheckt, dann ist es in Ordnung, dann ist es natürlich schwer für den Verein zu empfinden, was er hat und deswegen war dann in der Zeit es brutal wichtig, dass ich halt Marcel bei mir hatte, meine Frau bei mir hatte, um halt auch darüber irgendwie reden zu können und ich habe auch immer zu Marcel gesagt, ich kann nicht mehr laufen, er wusste ja dann auch nicht so richtig, wie man damit umgehen sollte und alles, und das war dann halt einfach für mich so brutal schade, weil ich habe ja dann irgendwie die ersten Spiele auch noch alle gespielt, aber das waren die schlimmsten Spiele in meinem Leben, weil irgendwie ging das gar nicht, dass ich das so für Partneringang. Es kannte aber auch keiner Long Covid, es gab es da ja noch nicht. Ich kann das gar nicht beschreiben, ich bin gelaufen, ich weiß noch gegen Millwall, ich bin gelaufen und nach fünf Minuten habe ich meine Arme nicht mehr, ich habe meine Arme nicht mehr richtig gespürt, die waren, ich hatte so viel Muskelkater auf meinen Armen und ich konnte nicht mehr in die Ferne gucken, wenn ich meinen Trainer, wenn ich Falke von draußen angeguckt habe, habe ich den doppelt gesehen und dachte mir, das ist nicht gut, und dachte mir, Junge, was hast du, also hast du jetzt irgendwie wirklich einen Hau weg, weil dir jeder sagt, du bist gesund oder irgendwas musst du haben. Ich konnte es nicht verstehen, dass dein Körper nicht mehr funktioniert. Wann kann dann die Diagnose? In einem halben Jahr. In einem halben Jahr, okay. Da hatte ich dann halt Antikörper auf alles. Oh, okay. Und irgendwie hat es in dem Moment besser gemacht, aber wenn es halt immer noch kacke geht und du halt selbst zu Hause sitzt und dir geht es nicht gut damit, weil du halt Kopfschmerzen hast, Druck auf den Kopf und alles und keine Ahnung, du willst ja auch irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken. Glaubst du oder weißt du, dass du kein Einzelfall da bist? Ja, also ich habe keine Ahnung, bei Instagram haben wir, nachdem ich das halt veröffentlicht habe, den Artikel, haben wir bestimmt 40, 50 Menschen gestiegen, denen es halt genauso erging. Auch jetzt im Profibereich? Ja, da war, glaube ich, eine Kanutin zu dem Zeitpunkt, die ja auch ihre Karriere dann beendet hat, weil die dann die ähnlichen Symptome hatte wie ich und da bin ich dann auch in Kontakt mit ihr gekommen, weil mich das auch dann einfach mal interessiert hat, was sie dann auch genau hatte und das war halt fast eins zu eins und die hat ihre Karriere beendet, weil die natürlich dann nicht zu den Ärzten auch gehen konnte, die mir dann halt helfen konnten, mir halt dann Symptome quasi ein bisschen wegnehmen konnten. Hast du heute immer noch Schwäffolgen oder? Nee, jetzt eigentlich, jetzt geht's. Aber selbst das Jahr, wo ich noch in Paderborn war, hatte ich ja immer noch mit zu kämpfen. Ich habe tatsächlich auch mal, vielleicht haben wir dieselbe Kanute kennengelernt, war im deutschen olympischen Kader. Ja, das, wie, wie, weißt du den Namen noch? Nee, war eine Bedienung an dem Abend, aber aus Essen und war auch Ersatzmitglied im olympischen Kader 2020 und hat das dann gehabt und war relativ jung, 18, 19 zu dem Zeitpunkt und musste dann tatsächlich Karriere beenden. Er hat dann noch ein Jahr rausgezögert und versucht irgendwie, sie hat gesagt, du kommst nicht auf 100 Prozent, du bist immer, dümpelst bei 80, 95, äh, 80, 85 Prozent irgendwo rum, du kommst aber nicht auf dein Maximum und da musst du ja den Spitzensport einfach haben und die hat die Karriere beendet und das halt in den jungen Jahren, wo du halt sehr viele Jahre in deiner Jugend auch schon, auch im Kahn, schon als Jugendliche in Trainingscamps mehrere Monate bist, ne, da bist du nicht zu Hause, als 14, 15-Jähriger bist du irgendwo in Griechenland im Trainingscamp, ne, ein paar Monate und setzt alles auf eine Karte und das geht dann so weg, ne. Ich hab dann auch im Januar hab ich zum Trainer gesagt, wo es immer noch nicht feststand, was ich hatte, hab ich gesagt, Trainer, geht nicht mehr, ist mir jetzt auch scheißegal, ja, also, es ist egal, was ihr mit mir macht, wirklich, ich kann nicht mehr und jetzt ist gut, es kam auch Weihnachten und ich hab gesagt, ich will irgendwie Weihnachten zumindest versuchen, irgendwie glücklich zu sein mit meiner Familie und wenn ich weiter Fußball spiele, hab ich Angst, dass irgendwas passiert, ne, also, weil es mir so schlecht durch den Sport ging, also, ich kann es gar nicht beschreiben, wie schlimm es war, also ohne Scheiß, ich hab immer gesagt, das wünsche ich nicht mal meinem Ärzten, meinem engsten Feind, ne, also, dass, wenn du durchgehend denkst, du bist auf der, auf der Holzachterbahn, dann hast du keinen Spaß mehr. Also, du hast dann auch letztlich den Stecker gezogen, da auch den Vertrag irgendwo mal aufzuwenden, Ja. Also, nicht aufzuwenden, sondern nicht zu verlängern, ne? Ja, ich hatte noch ein Jahr, ich hatte noch ein Jahr Vertrag, aber dadurch, dass es halt, ich hab ja dann Pause gemacht, drei, vier Monate, hab dann langsam wieder gesteigert und hab dann schon in den Läufen gemerkt, ja, es ist irgendwie schon ein bisschen besser, aber bei weitem noch nicht so, dass ich Leistungssport machen kann, ja, und natürlich kam dann die Psyche auch irgendwann dazu, ist ja auch ganz normal, hab dann auch im Sommer mit dem Verein geredet, ganz vernünftig, die dann halt auch wussten, ganz genau, wie die Situation ist, wie ich gerade ticke, dass es halt wahrscheinlich für alle mehr Sinn macht, den Vertrag aufzulösen. Der Verein hat gesagt, ich kann gerne da bleiben, ja, aber für mich war es dann auch der Wunsch, auch dann wieder nach Hause zu kommen, zu meiner Familie, auch wirklich erst mal Pause zu machen, ja, halt wirklich mal komplett abzuschalten, und das hat dann auch irgendwie schon auch was gebracht, ich war ja dann in der Vorbereitung sechs Wochen bei Marcel bei Nordkirchen im Training, wo ich halt den Fußball einfach mal ganz anders kennenlernen durfte. Ja, witzig, Liga. Ja, wo wirklich ich aber auch so gemerkt habe, dass es mir so einfach viel besser ging dadurch, ne, einfach mal Spaß wieder zu bekommen, einfach mal wieder Spaß zu bekommen, einfach mal an andere Sachen zu denken, nicht nur daran zu denken, dass du halt Leistungssport machen musst, ne, und im Nachhinein war es halt so mit das traurigste Jahr, das, wo wir halt aufgestiegen sind, weil es einfach so schön, ich wusste halt, wie schön das war, und wie sehr, ja, ich habe ja trotzdem die ganzen Feiern und so miterlebt, in dem Aufstiegsjahr, und es war ja trotzdem, glaube ich, noch Covid-Lockdown, wir haben ja nie vor Zuschauern und so alles gespielt, und trotzdem war es so schön irgendwie, die Jungs haben ja selber gemerkt, dass mit mir halt dann irgendwas nicht mehr stimmt, und dass ich halt, mein Wesen hat es ja auch dann schon dadurch geändert, aber ich glaube, so richtig verstehen kommt es nie einer, ja, weil das halt so neu alles war, und jetzt im Nachhinein weiß man ja mittlerweile mit umzugehen, ne, und zum Glück ist es ja, glaube ich, dann durch die ganzen Impfungen, dass der Körper darauf vorbereitet ist, wenn du jetzt halt mal Covid bekommen solltest, dass man anders damit umgehen kann. Hattest du in der Zeit eigentlich Kloppo wieder gesehen, dann gegen Liverpool? Ja, beim ersten Spiel. Und wie war es? Er hat sich riesig gefreut, mich hier zu treffen. Ah, cool. Er meinte, endlich bist du da. Hättest du damals mal Geduld gehabt. Dann wärst du jetzt in meiner Mannschaft. Ne, das war ganz cool. Da war dann noch meine ganze Family da, Erstes Spiel an der Enfield, 4.02 zurückzulegen. Was gibt's bestes? Schönes Spiel. Ja. Ein Punkt, weil der halt auch mega aktuell ist, jetzt ist der Kriegsball ja noch ein bisschen begraben zwischen DFL und Fans. Ein großer Vorwurf ist ja gewesen, dass Investoren die englische Liga oder die Fankultur in England kaputt gemacht hätten. Wir haben da zuletzt bei Instagram auch die ein oder anderen Kommentare noch bekommen, weil wir da auch mal so ein bisschen provoziert haben. Wie nehmt ihr das als Spieler wahr? Also wie würdest du jetzt so rückblickend die Fankultur oder halt das im Stadion selbst beschreiben? In England? Ja. Überragend. Also ich finde das, der Vorwurf steht ja immer im Raum, alle sitzen, keine Gesänge während des Spiels. Es ist so geil. Es ist so geil, du stehst vorm 16er, nimmst, naja, gerade willst du gerade schießen und das ganze Stadion ruft halt schon so eine Schieß, ne, auf Englisch natürlich. Aber du wirst viel respektvoller behandelt als Fußballspieler in England. Ob du schlecht spielst oder gut spielst, ich habe mich einmal gehört, auch wenn wir Kacke gespielt haben, dass wir eine Wurst sind oder sonstiges. Vielleicht habe ich die englischen Leute nicht verstanden, wenn sie mich beleidigt haben, aber es war auf keinen Fall so. Egal, ob ich gut oder schlecht gespielt habe, ich wurde mit Applaus verabschiedet. Also es gibt nichts Geileres als Fußballer als in Millwall zu spielen. Wenn da wirklich, das ist so geil gewesen. Natürlich waren die asozial, aber das wünscht man sich doch als Fußballer, so geile Fans dann irgendwie zu haben, oder wo wir in Leeds gespielt haben, die Stimmung, es kommt halt in Deutschland ist ja oft von einer Tribüne, wo halt die Ultras immer stehen, dass da Stimmung vorkommt. Aber wenn die Ultras nicht im Stadion sind oder du jetzt auch mal gemerkt hast, wenn die Ultras keine Stimmung machen, dass es Totenstimmung ist in jedem deutschen Stadion. Also man muss sich ja nur Bayern München angucken, was da für eine Stimmung ist. Das ist ja eine Theaterstimmung für mich. Also da sitzt du im Theater und da wird schön geklatscht und das finde ich schon, dass da in England ganz anders war. Ich vertrete nämlich auch die Meinung, dass es gar nicht darauf ankommt, ob wir einen Investor haben oder nicht, sondern es kommt vielmehr auf die Fans selbst an. Also die, die da sitzen und da sind, ob die jetzt sitzen oder stehen, wenn die Bock auf Fußball haben, dann kommt da eine gute Stimmung schon zu da, ob da jetzt Ultras sind oder nicht. Ich glaube schon auch Real Madrid, also Toni Kroos oder der Felix Kroos nimmt ja den Podcast oftmals auch im Stadion auf und berichtet darüber. Das ist halt, die Leute haben Bock auf Fußball, also den Vicky zu sehen und mitzugehen und nicht nur einfach doof zuzuschauen und den Mund zu halten. Wir haben ja auch eine Dauberkasse in Dortmund und also ganz ehrlich, ich überlege die halt wieder abzugeben, weil die Leute, die um mich herum sitzen, die sind ja so schlimm. Also ich weiß gar nicht, warum die Karten haben. Also ich weiß gar nicht, warum die ins Stadion gehen. Also es ist ja wirklich von der ersten bis zur 90. Minute, ob die 3-0 gewinnen oder 3-0 verlieren, also es ist so schlimm. Also ich bin wirklich kurz davor, also ich glaube, im nächsten Spiel mache ich es, drehe mich einfach um und sage jemandem meine Meinung. Und das sind halt wirklich dann fünf Rentner schön, da macht eine Frau dazwischen, wo er die ersten halt wirklich null Ahnung hat. Also wirklich null Ahnung hat. Sitzt im falschen Loch. Und anstatt dann, wie gesagt, halt wenn das durch die Fans, mal durch die anderen Fans, halt wenn da mal Stimmung kommen würde, ja dann wäre halt auch mal eine geile Stimmung da. Aber wenn halt 85 Prozent so welche Leute halt im Stadion sitzen, wird es halt schwer, ne? Ja, ja. Und das hast du in England nicht oder in Spanien. Das ist so. Wir sind ja eh so ein verbissenes Volk. Das habe ich ja auch kennengelernt durch die vier Jahre. Die Engländer sind einfach anders. Die leben ihr Leben ganz anders. Die begrüßen dich nicht. Jeder einzelne Mensch, an dem du vorbeigehst, der begrüßt dich nicht. Wenn ich bei mir im Wald hier spazieren gehe, aber die trauen sich manchmal gar nicht, mich anzugucken. Als hätte ich keine Ahnung, was getan, ne? Und so sind wir Deutschen halt, ne? Wir sind halt immer sehr viel negativ, ne? Ja, klar. Gut. Ich glaube, der Bogen ist gespannt. Ja. Ja. Abschließend kann man dazu sagen, du bist von dort aus zu Paderborn, dann zu WSV, also Wuppertaler SV, wo du letztes Jahr noch gespielt hast und bist dann jetzt beim ASC und da sind wir wieder am Anfang der Story angekommen. Wir wünschen euch alles Gute. So viel schon mal dazu. Wir haben jetzt noch ein, zwei Fragen, die außerhalb des Fußballprotokolls sind. Aber hoffen natürlich, dass ihr aufsteigt, möglichst erfolgreich seid. Ich denke mal, für dich ist das definitiv die neue Karriere nach der eigentlichen Karriere. Du hast ja die B-Lizenz schon angefangen. Planst du jetzt noch die weiteren Lizenzen zu machen? Fußballlehrer etc.? Ja, jetzt fange ich halt mit der A-Lizenz an, ne? Ja. Das ist so der nächste Schritt. Ja, sehr schön. In dem Zuge muss ich doch mal verlieren. Ich habe ja geschaut, wie die Laufbahn von Daniel Farke war. Ja, der ist ja eigentlich immer Oberliga, Westfalenliga-Fußballer gewesen. Der hat ja eigentlich so eine Mischung aus euch beiden und ist dann überaus erfolgreich hier geworden und ist jetzt wieder Trainer wieder in der zweiten Liga in England bei Leeds. Genau. Verliert in der 89. gegen Chelsea im Viertelfinale vor drei Tagen. Sehr unglücklich, aber ist da definitiv glücklich geworden. Also ist da auch eine super Karriere gewesen. Von der Oberliga bis in die Premier League. So schnell kann es gehen, ne? Ja. Das wäre ja schön, wenn das die Blaupause für euch wäre. Auf jeden Fall. So, der Diggi hat noch ein paar Fragen. Der ist da investigativ im tiefsten Darknet oder nicht. Sind entweder oder Fragen. Also wenn ihr schon mal reingehört habt. Wird spannend. Das sind keine Sportfragen. Also sind entweder oder Fragen. Wir würden einfach mal so um euch auch noch oder das ist die höhere Eugen. Besser bis jetzt zu lernen. Besser Kenner einschätzen können. Haben wir vier Fragen vorbereitet. und also erste Frage. Würdet ihr eher versehentlich eurem Chef oder euren Eltern einen sexy Pick schicken? Mein Chef. Wenn du einwettest. Samrott ist eingestellt. Mein Chef. Ja? Ja. Ich auch. Mein Chef. Natürlich. Ja. Okay. So viel Schiss zu Hause. Okay. Alles klar. Soll ich direkt die nächste? Ja. Du machst dann die anderen beiden. Würdet ihr euch eher euren Namen auf die Stirn tätowieren oder eure Zähne verlieren? Namen auf die Stirn. Ja. Also ich würde mir auch den Namen auf die Stirn tätowieren. Also ich darf mir keine neuen Zähne machen. Die sind doch noch aus. Ja. Okay. Dann den Namen auf die Stirn. Namen, ja? Also meinen Namen. Ja, genau. Das ist ja okay. Das ist ja ganz cool. Eine Überlebung wert für die Zukunft. Okay, alles klar. Würdet ihr eher jemanden mit schlechtem Atem oder schlechten Manieren daten? Mit schlechten Manieren. Ja, definitiv. Man kann ja immer noch in den Park gehen. Da füllt sich auf. Oder, und die letzte Frage, würdet ihr eher barfuß in eine öffentliche Toilette oder durch Brennnesseln laufen? Durch Brennnesseln. Ja, ich gehe dann barfuß in die öffentliche Toilette rein. Wasche mir das ab und desinfiziere mir die Füße. Wir waren ja schon vorhin bei der Toilette in England. Ja. Also wirklich. Und dann im Hotel, wo ja jeder ist. Jeden Tag ist ein anderer und die Toilette ist mit Teppich. War nicht angenehm. Ja, ekelhaft. Ja, wirklich. Es geht nicht. Auf was war. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ja, wir verabschieden uns damit. Wir werden in den nächsten Tagen noch unser Date Ende April veröffentlichen. 27.04. Könnt ihr euch schon mal im Terminkalender einrahmen. Gibt es ein Event, was wir veranstalten. Da seid ihr auch gerne herzlich zu eingeladen, wenn ihr Zeit und Bock habt. Ansonsten bleibt uns nur Danke zu sagen. Gerne. Und alles, alles Gute für den ASC und für die persönliche Karriere. Und dann ist es damit. Alles klar. Viel Glück und bis dann. Danke. 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 Danke.